Wer bist du? Ich bin Josef Klaus. Ich bin aus dem Hacklabor seit knapp vier Monaten Mitglied. Ich mache dort verschiedenste Elektronikprojekte oder mal einfache Programmierungen. Und will bei JugendHakt einmal als Helfer mitarbeiten, aber ich bin kein Mentor. Noch nicht? Ja. Und JugendHakt, was ist das? JugendHakt ist ein Programm für junge, technikbegeisterte Menschen. Gemeinsam mit anderen Jugendlichen und mit Hilfe von einem Mentor kann man Apps zusammen machen oder Visualisierung oder ein paar kleine Hardwareprojekte. Also man trifft andere junge Leute? Ja. Und dann geht man zu euch ins Hacklabor und kann da basteln? Ja, genau. Okay. Wer ist eingeladen? Alle zwischen zwölf und 18 Jahre. Also man muss nur ein gewisses Maß an Technik-Avizidität haben und vor allem Spaß. Aber Spaß wird es hier auch hier geben, ne? Ja. Okay. Da bin ich zuversichtlich. Sagst du noch einen Satz zum Einladen? Ähm, ja. Wer auch immer da gerade zuhört, ihr seid herzlich eingeladen. Danke.